hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von baldos gate 3 wir haben jetzt hier einen geheimen eingang gefunden aus der letzten folge jetzt gucken wir mal was da unten so alles auf uns wartet wir haben ja gespeichert und das gehört jetzt alles uns alles was hier ist gehört uns na dann geben wir das mal auf und gucken mal rein was hier so drin ist wertvolle sachen wir sind immer noch verwundet das heißt wir müssen uns irgendwann mal ausruhen damit wir dabei voll in kräften sind guck mal so weiters touching it give me a knot in my stomach ja Ok. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Das heißt, das war's schon. Was haben wir denn jetzt für eine schöne Waffe? Eins von zehn, guck mal. Hieb. Peitschenhieb. Ist das einhändig? Nein, das ist beidhändig. Eins von elf. Null bis elf. So. Und dann können wir das benutzen um das. Nicht schlecht. Was haben wir? Robe des Sommers. Resistenz gegen Kälteschaden. Cool. Aber leider zehn. Kriegsschild der absoluten. Das könnte gut zu ihr passen. Wenn der Anwender, wenn der Anwender das mal der absoluten trägt, erhält er einen Bonus auf Rützungsflug. Cool. Dann können wir das jetzt auch wegdonnern. Was haben wir jetzt halt das mal an der absoluten? Wenn der Träger das mal der Sonne, ist er bei Tölus im Vorteil. Ausrüsten. Pfeil der Dunkelheit. Verbreite man auch eine magische Dunkelheit. Warte mal. Ist das ein Pfeil? Achso, das sind Pfeile. Ich dachte, die Waffe heißt Pfeil. Aber es ist ein Pfeil. Der Träger, der ist ein Vorteil, wenn er gegen 200 und Singlet ist. Und. Gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Gut, dass diese ersten Dinger hier, Salami und so, keine Ablaufzeit haben. So ein Countdown. Lass Patty ist F którą. Ich halb, sie sich das auch gesehen. So ziemlich an. So. So. ich packe das mal ins lager so was haben wir denn jetzt hier war piras krone der träger erhält 1 bis 6 oder 1 ungefähr bis 6 trefferpunkte zurück wenn er jemanden anderen halt cool ein heiler das ist cool so was haben wir hier konstitution so schriftrollen wiederbeleben packen wir da rein was haben wir hier drin ein seil hier können wir die ganzen schrift rollen reinpacken hier haben wir noch einen schlüssel das sind wir auch mal ans lager so was haben wir noch mal hier drin hier packen wir die ganzen bücher rein und blätter notiz kriegskarte deine achse ist kaputt hm ich pack mal hier den ganzen klunder bei ihr rein ölflasche kann man gebrauchen waffen nicht das auch nicht und das will ich auch nicht das sind beide stunden amulett der außergewählten ungewöhnlich hervorrufung zauberträg kann amulett kann sie das tragen so was haben wir hier grenzüberschreitungsstiefel wenn du spurt hast du zwei langen zorn so 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 Plunder. Pfeil. 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 Buch. Was ist das? Eine Jade. Kostbares Material aus See des Sternenregens. Geschätzt bei Herstellern und Steinmetzen. Ah. Gegengift. Probe des Sommers. Ja, aber... So, was haben wir hier? Hier haben wir die Bücher. Hier haben wir die Tränke. Gegengift. Gegengift. Wasser. Wasser. Gut, das haben wir auch. Äh... Seil. Lager. Kerze. Lager. So, dann haben wir hier Archemie. Hier haben wir die Schriftrollen und hier haben wir Wiederbelebung. Gut. Gut. Hier. Kann ich noch mit dir quatschen.. Reden? Ich hatte nochmal eine Entschuldigung dafür, dass ihr mich töten wolltet. Ich war ja glücklich, dass ich das Gift noch nicht genommen hatte. Natürlich, das ist meine Pflicht, ihnen in der Not zu helfen. Danke. Cool, Wermut. Und einen Apfel. Danke. Okay, das lesen wir irgendwann mal durch. Das interessiert mich auch, aber ich will jetzt nicht lesen. Verzeiht mir, aber ich will jetzt erstmal weitermachen. Weil ich muss mich unbedingt heilen. So, Rang Langerast, 50 von 40. Ja, bitte, bitte, bitte. Jetzt können wir feiern. Aber erstmal müssen wir eben mit dem reden. Wirklich. Leben zu retten ist schrecklich. Wir töten ein paar Goblins, um ein paar Tieflinge zu retten. Die Talle der Leben hat nicht viel verändert. Aber was bekomme ich für all mein hartes Arbeit? Ein Pate auf der Hände und Wein für Wein. Pfff. Ja, mal so viel. Ich werde mich jedenfalls amüsieren. Stimmt, die Goblin hätten ein wilderes Fest veranstaltet. Das ist gemein. Stimmt, die Goblin hätte ein wilderes Fest veranstaltet. Ich schaue nur ein bisschen mehr Erinnerung. Ein bisschen mehr Spaß. Was ist eure Forschung von ein wenig Vergnügen? Hoffentlich bedeutet das aber nicht, ich möchte etwas töten. Wir können uns doch vergnügen und eine schöne Zeit miteinander verbringen. Ist euch die ständige Frage nicht aufregend genug? Nein, wenn wir was sagen. Oh Gott. Das ist ein Humor. Das ist ein Humor. Das ist ein Humor. Was? Ich glaube... Das ist ein Humor. Es ist ein Humor. Das kannst du es machen hier nicht so. Aber das ist das. Das ist ein Humor. ich dachte ihr wolltet vielleicht was mit mir trinken es gibt noch andere möglichkeiten als gespräche aber ich würde euch jetzt gerne besser kennenlernen hört auf hört auf euren eigenen raten na los mischt euch unter die leute in truth i rarely im bei bestoff goes right to my head before you know it i be breaking in the song or declaring love to the first person i laid eyes vielleicht wollt ihr lieber was anders machen hmm i'm sure there are you strike me as extremely resourceful but there are many grateful people here who want to spend time with you i must not keep you all to myself as enjoyable as that may be go on enjoy yourself seek out some wine before it runs dry there are a lot of thirsty people around here moll toll wow you came through for us that's a change from most adults i know ihr seid nicht so streng seid nicht so streng mit den alten ja nun seid ihr mir was schuldig das klingt ja fast nach einem kompliment und das sounds like the wine drowning your wits go on enjoy yourself i've squirreled away a few extra bottles with the barrels tapped out i'll be there to save the night for a price of course aha alfira this might be the wine talking but i'm feeling inspired thinking of writing my next song about you hmm but i need an angle any ideas wenn ich will ich bin selbst kein barde wäre es mit tapferkeit ein klassisches thema habt ihr ihr habt ihr diesen körper gesehen es wären verbrechen ihn nicht zu besingen wirklich lasst das lieber wenn ich meinen namen in einem lied höre ist euer leben verwirkt singt über meine kampffertigkeit klar so euren lob verdiene ich nicht ich diene nur einer höheren macht das war kein klassisches thema habt ihr diesen körper gesehen es wären verbrechen ihn nicht zu besingen na das das war ein kurzer dialog dann guax man sind hier viele mpcs oh think of it no more caves no more tents no more running away we'll be in a city with roads and markets and homes flex we'll i need to dance no no i need to lie down Eheheheh Hahaha 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 Charry That's infernal for cheers Or possibly turnip Undi Wax Achso du bist da hingelaufen I-Karon Wir haben überlebt, das muss gefeiert werden. Und ich werde mich nicht in eine Stupor machen, um das zu verändern. Hm. Cans. Das Vessel ist bei dir. Mach das, was du willst. Nein, ich will ihn behalten. Und alle sind weg. Nein, jetzt sind sie wieder da. Es waren wir zu viel der Hoffnung hier und jetzt geheilt zu werden, dann auf nach Mondaufgang. Das ist so gefährlich daran. Also dann zu den Türmen des Mondaufgangs. Je schneller, desto besser. Ich hätte mehr von euch erwartet, als nur einen Hinweis auf Gefahren in der Ferne. Das ist alles. Einfach zu diesem Ort gehen, was es da so gefetzt hat. Was schlagt dir vor? Und die Kräfte können diese Gegend ertragen? Ja. 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 Ketheryx' forces could access both the temple of Siloona and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Wie finde ich diesen unterirdischen Weg? Ich will mich nicht im Unterreich verlaufen, ich reise lieber oberirdisch. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber das Unterreich scheint die sichere Route zu sein. Wie finde ich diesen unterirdischen Weg? Ich hätte nie, dass ich sagen würde, was würdet ihr tun? Die Entscheidung ist eurem, aber ich würde den Unterdruck favorieren. Selbst ein Ort wie das ist das leckerste Weg, als ob es den Shadow Curse gibt. Aber ich, aber das Unterreich scheint die sichere Route zu sein. Alles, was preferable zu riskieren, die Shadow Curse. Ich würde gerne eurem Camp einstehen, wenn ihr mich verletzt. Ich kann meine Skills, meine Kanzel. Dann berechnen wir auf. Hier und nach Monach, warum? Unfinished business and a lifetime of regret to repair. Ich habe mich über die Ketheric Thorm und seine Schmerzen vor Jahren. Aber ich habe versucht, ihn zu verhindern, um die Schmerzen über die Region zu erzeugen. Bevor er wurde verletzt, habe ich seit Jahren recherchiert die Kurse, versucht, um einen Ende zu erzeugen. Nichts hat funktioniert. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse. Same as you may find a cure for your infection. Und der Hain? I've chosen a successor as first druid. Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Yeah? Precisely. Who indeed? You do not know and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Cool. I'm going to sleep with you. Contrary to how some think of us, we druids can play politics when necessary. Now, we've quite the journey ahead. Let's get started. What now? Gut. Dann würde ich mal hier den Vampiren hier lassen und dann ihn mitnehmen. Dann nehme ich das hier mit. Der Chemiebeutel. Und dann schlage ich vor, dass du hier bleibst. Ich glaube, dass Wendy einweiler hier im Lager bleibt. Das haben wir doch auch. Bleibt einfach hier. Ich glaube, ich werde meine Nachts hier verlaufen. Also, du machst all das hartes Arbeit. Das klingt verrückt. Tut mir leid, aber ich brauch ihn hier. Es ist so ein guter Moment, um zu sprechen. Oatfathersblessing zu dir. Ähm, das ist ein Fruid. Ich weiß nicht, dass es jetzt ist. Okay. Warum wisst ihr eigentlich so viel über die Laffe? Dieser Schattenfluch, den ihr erwähnt habt, der kann doch nicht so schlimm sein. Okay, und diese Geheimbefest im Unterreich, was wisst ihr darüber? Ihr scheint euch irgendwie für dieses Schattenfluch verantwortlich zu fühlen. Well, there is hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witness the fall of moonrise still draw breath. What catholic thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the shadow curse for years. But to truly understand it and stop it, I must reach its source. Wisst ihr, wie das der Schattensfluch brechen lässt? But we'll need to get closer, before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Seid ihr deshalb mit Aradine gegangen? Ihr dachtet, er würde vielleicht diesen Weg nach Mondorf und finden? Precisely. Then perhaps I could have done something. About both the shadow curse and Cereomorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradine and his band. We didn't even get close. Ich hoffe, ich war auf der Feier mit den Hebelingen. Ich hoffe, ich war auf der Feier mit den Hebelingen nicht aufzudringen. Ich habe mich mitreißen lassen. Hm. There are a few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances. I would have done the same. Hätte dasselbe getan? Perhaps. But best to not dwell on nights past. There are plenty more yet to come. With such stimulating company? Never better. With such stimulating company? Never better. Ich kann ihn jetzt mitnehmen. Ich kann ihn jetzt mitnehmen. Okay, jetzt sind wir zu dritt, aber... Ich will ihn ja mitnehmen. Vielleicht jetzt. Ich wollte den einfachen Weg gehen. Ich wollte ihn nicht einfach. Ich wollte ihn nicht einfach. Ich wollte den einfachen Weg gehen. nehmen was ich wollte mitnehmen aber irgendwie will er nicht wie will er noch nicht so ganz gut dann erst mal ohne ihn wahrscheinlich reißt er einfach so mit ok das städte doch koppeln lager das ist der schnitt dorf klippen überwuchte röden da wollte ich auch noch ein da kann man ja auch noch okay hey das war das war keine gute idee vielleicht besser war eine andere seite das ding ist da wild am feuern wenn das orte sind wo ich alles hin kann ach du heiliger so jetzt haben wir alles so geht das jetzt nein das sind noch die loge die haben wir ja gerade eben schon alle gehört dann brauchen wir ja nicht noch mal das machen ok nochmal über buchte ruinen und dann geben und das war genau hier dann lauft mal ich habe immer noch zu wenig lebenspunkte hier setzen sich eigentlich die lebenspunkte zusammen die 33 ich weiß nicht lass uns mal was braun nur hellstellbares anzeigen tränke gar nichts heiltrank schurkenmorchel suspension und dann kriege ich das aha aber kann ich denn jetzt eigentlich ins lager meine kiste wieder aufrufen ja es geht wieder ja schön das war jetzt fleisch pack ich das mal da rein ich kann ich kann Schweine, Lende, Schweine, Lende. Das war jetzt... Ah. Das war jetzt. Hat ich hier nicht eine Fackel? Fackel. Ich hab 17 Schurkenmeuchel. Ich hab 18 Schurkenmeuchel. Salze aus Schurkenmeuchel. Extrakt. Ich hab 18 Schurkenmeuchel. Und Suspension. Wie kriegt das denn hier? Wasser ist bei der Herstellung unverzichtbar. Wasser brauche ich? Suspension. Mehr Gras. Aha. Trank des Gedankenlehens? Nein. Ich will Heiltrank. Geil. Nice. So, dann gehen wir mal da rein. Bestimmt nicht da lang. Vorsichtig beim Vorbeigehen. Es war schlecht genug, dass wir nur eine von diesen Tadpoles auf uns gefordert haben. Ich kann gar nicht glauben, dass ihr tatsächlich eine andere auf euch gefordert habt. Habt ihr es noch? Ich war fast nicht, dass er in den dunklen Jahrzehnten erwähnt hat. Offenbar schützt uns das Aktefakt. Ich war Teil einer Gruppe, die von meinem Kloster gefordert haben. Wir wollten das Aktefakt aus dem Githyanki und ihn zu Balders Gate bringen. Kein Problem. Es war so, dass die Kosten sehr tief waren. Ich war die einzige von der Gruppe, um zu überleben. Ich habe das Aktefakt aus und blieb. Es war nur für mich gefordert von Mindflayern, bevor ich zu Ende des Missions. Das ist alles, was ich weiß. Das ist alles, was ich muss wissen. Okay. Ich habe schon gesagt, dass ich dir schon gesagt habe. Ich habe meine Erinnerungen für die Mission verabschiedet. Shars Gehreste müssen sich schützen. Die Schuld hat es gefordert. Wenn ich meine Mission erfülle, kann ich meine Erinnerungen restauriert haben. Blinde Pflicht klingt ja wie ein Lakai. Die werden immer als erste Wopferd. Wisst ihr? Ich werde aber nicht zulassen, dass du stirbst. Wie gesagt. Faith. Ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden, ich wollte einfach nur hier vorbeilaufen. So, dann. Hm, hm. Ah, nein. Okay, du machst wieder Bogen. Du machst Schwert. Du musst auch Bogen. So, das ist ein Prozess. Was zu machen? Wie viel weiter kann ich gehen? Das sie mich nicht sehen, obwohl ich direkt davor laufe? So. So. Wie schön. Ja. Nichts. Alles klar. Okay. Hehehe. Ohohoho. Okay. Time to press ahead. We go. We go. We go. We go. We go. We go. Das war's für heute. Hmm 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 Hm. Hm. Torment! Oh. Ah. Heh. Heh Schübsha Baba Loot leer. Cool. Loot leer. Cool. Tut mir leid. No time for mercy. These boots have seen everything. Still on my feet. You've made a grave mistake. Uh. Uh. Oh, 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 oh! Was haben wir denn hier? Mit Tieren sprechen? Nein, verstricken. Ein weiterer Schritt nach vorne. Sie kämpfst gut, aber vielleicht ist unsere Überlebnis nicht so weit entfernt. Ihr Schaft Ihr Schaft Wo ist es? Schreibzeug, glaube ich, Tinte und Feder und so. Bücherstab, was soll denn da drin sein? Ein Gold. Ah, mehr Bücher. Noch ein Buch. Eine Kerze. Öffnen. Wir sehen uns. Auf geht's. Was? Ich muss einen Blick aufhören. Brustikale Truhe. Ah, pfff. Ach du Scheiße. Auweia. Die Unbeanspruchte. Die Unbeanspruchte. Die Unbeanspruchte. Die Unbeanspruchte. und feiner stopp entdeckt design des verwirrten buches unter dem knochen weißen puder sind hunderte tonos anzeigen kleine schrift verpasst nie ich wollte jetzt nicht die truhe mitnehmen tafel und noch einer Untertitelung des ZDF, 2020 Huh Oh Aha Ist das Licht Öffnen Oh 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 Wow! Eeeeeeeend9 Niiine Nein, nein, nein. Da gehe ich nicht hin. Nein, nein, nein. So much for the Quill being right here. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Yes, please. Schön sieht sie aus. Okay. What? What? Oh. Yeah. Oh. Aha. I'm out. Woo. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Einmal abspeichern, neuer Spielstand, Klammer-Gruft, ne Klammer-Gruft. Ich denke, hier wäre eine Falle, wenn die... Ah-ha. Knopf. Uh oh! Ich will den Fernkampf machen, will ich nicht dabei sein. Frucht schlagen. Okay. Sie kommen! Habe ich hier nicht irgendwo... Brennende Hände. Schutz vor gut und böse. Schutz vor Angriffe. Untote. Das sind doch hier Untote, ne? Skelett und Toter, ja. Habe ich hier nicht irgendwo... Das mit diesen Dingens gehabt? Ach ne, das war der andere, ne? Mit dem Schmierfett? Ne, hier. Weitere Zauber erlernen. Brennende Hände. Ah. Tierfreundschaft. Ja. Wartere. Jäbert. Kannst du mich? Irgendwann stinkt ja nach Knochen Ein Untot ist außerdem ein Angriff im Nachteil War ja klar Darf kein Untot da sein Verstummt Ein weiteres Schritt Ein weiteres Schritt Ich kann es nicht er ist verstummt. Du kannst keine Zauberwirkung weg. Schwirken wenn du da rein gehst. Tja, schon übel. Du kannst auch deinen eigenen Zauber nicht schwirken. Ja. 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 Und jetzt kommen sie wieder, weil sie jetzt wieder zaubern können. Heheheheh Ich mach nur stumm, nichts anderes, ich mach nur stumm, stumm, stumm Ich habe keine Wahl, nur um weiter zu gehen Es ist Zeit, um nach vorne zu gehen Es ist Zeit, um nach vorne zu gehen Es ist kein Moment Ich will keine Zauberwürgen, ich will da raus Raus Nice Nice Die haben überhaupt keinen Schaden zugefügt Oder glaube ich nur bei ihm hier Das ist etwas gut hier Ich hoffe Es ist viel Erfolg, um einen Sarcophagus zu schlagen Wow Silverwaren Das ist eine wunderschöne Koffe Ich wundere, was es wert ist B drücken Belebe jemand aus deiner Gruppe wieder Der Schicksal muss warten Achso Perwürb eine Similis wird deine persönliche Sammlung LOL Hey Kann ich mal wieder die normale Ansicht kriegen? Äh, hallo? Ich will wieder eine normale Ansicht haben Nicht das Irgendwie ist die Kamera verbuggt Ich kunde die Urin, öffne den Sarcophat Ich kunde die Urin, öffne den Sarcophat Hab ich doch Hab ich doch geöffnet Heeeh Wir haben den Ruinen und sagen, ob das wohl darin liegt Hab ich doch schon Und Jetzt aber raus hier Wenn doch nur die Kamera mal richtig funktionieren würde So kann ich doch nicht spielen Also ich kenne schon, aber es sieht doof aus Kann ich doch mal bitte die normale Ansicht wieder haben? Äh, Option Grafik, nein Keine Tastenbelegung Hinaus und hinten Links Taktische Kamera O Dankeschön Ich bin wohl aus Versehen auf O gekommen Ich bin wohl aus Versehen auf O gekommen Ich bin wohl aus Versehen auf O gekommen Warum geht das jetzt wieder da runter? Öffne den Sarcophat hab ich doch Doch, ich hab das doch gemacht Hm, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich hab den Sarcophat schon geöffnet Hm, ich hab den Sarcophat schon geöffnet Das Spiel will das einfach nur nicht kapieren Quest ist somit abgeschlossen Myri, na, dann mach ich das als nächstes Wo soll der Gebirgspass seit Nacht Wo soll der Gebirgspass seit nacht Und dann muss ich ja praktisch Koffelnlager Reise durch das Unterreich Reise durch den Tempel der Seelune Öh Ich dachte, das geht hier längs Da unten Na, jetzt muss ich erstmal nach dem Mädel suchen Aber das Verfahren wir dann Verfahren und machen wir dann in der nächsten Folge So, also bis zur nächsten Folge Nicht vergessen Leute Liken, Abonnieren, Glocke aktivieren Damit ihr weiterhin nichts verpasst und auf dem Laufenden bleibt Und bis zum nächsten Mal Ciao, euer Kusho